äh, Würfel sagte du okay Seppi, du kannst den Vorhang wegnehmen Seppi, du darfst auch wieder reden Du lebst wieder Seppi, du lebst Kann man den kicken oder so? Kicken, bannen, nögen Ist er schon wieder afkar? Ja Er ist zumindest nicht gemeldet Ich mach seine Secret Row raus BAM Rausgeflickt Blick in the wrist Von mir aus macht, dann wird eine revealed Kann man nochmal neu starten Äh, was? Habe ich das laut gezeigt? BAM Oh Was soll das? Was soll das? Ein Flow Reset Hallo? Hallo Geht es? Was geht jetzt? Ja Können wir starten? Ja Dann hört auf da rum zu spielen und wir starten jetzt Ja Täter, du darfst ein wählen Hat er schon Wow, ich werde einbezogen ins Spiel Ich stelle ich mir gerade nicht so an Aber der ist halt, ne, weil er sich immer aufregt Nein Irgendwann ist er rot und sagt das nicht Nein Er ist einfach rot Er ist safe Er ist safe Er ist Hitler Ich bin Hitler Okay, ich werde nächste Runde, das sage ich jetzt an Nächste Runde mich nicht beschweren, damit es aufhört Okay Und ich riecht es einfach auf Ich werde mich sowieso wieder safe beschweren Ja Verspricht nichts, was du nicht halten kannst Vielleicht gibt es ja keine nächste Wieso Wer ist Hitler hier am Tisch? Weit Bettzeit? Ja, ich gehe vielleicht noch eine Runde schlafen, je nachdem wie lange die dauert Level schlafen Also los, schnell alle roten rausrevealen, ist mir egal, lasst die Faschis gewinnen und du bist Ich will noch eine Runde spielen und Faschis sagen Dann einmal noch eine Runde spielen, auch in Sport, die weg ist Stimmt, wir sind genug Stimmt Yay Ich habe ihn die Wahl gelassen und eine Rote abgelegt Jupp Zwei Rote raus, eine blaue, wenn das stimmt Perfekt Ja Das ist für mich okay Ich vertraue den beiden Ja Seppi halt die Fresse Seppi ist Faschis Seppi ist Faschis Seppi ist Faschis Seppi wähl den richtigen Ich mag Schnucki 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 Da kommt die nach ein Kater Wer wählt wen Schnucki ist gewählt Schnucki ist gewählt Schnucki ist gewählt Ich mag keinen Schinken Boah, jetzt kriege ich Hunger Kommst du denn zu uns und spielst mit uns Ja Nachdem ich Samstag alle vier Kinder alleine hatte Bemerkst du den Fehler Was mach ich Dreh die alle um Dreh die alle um Und pack schonmal eine weg Auf den roten Das ist die die du wegpacken Auf den roten So, die anderen drehst jetzt um Und gibst sie mir Das ist ja schon was wie mit dem Kindergarten Ey Nein, okay, habt ihr so Voll verkackt Oh Dreh und drück Ach, schade Seppi will, dass die Runde vorbei ist Er ist Faschis und wurde revealed Sehr schön Oh Ich hatte zwei rote Eine blaue Ich hab drei rote Ja, ich hab wie gesagt eine blaue gelegt Also bisher läuft es perfekt Zwei rote, eine blaue Und äh und nun liberale Also laut Information Ja, also euch vier vertraue ich Also sind das Weiß Wir können auch immer noch hinter sein Wir können auch immer noch hinter sein Wir können auch immer noch hinter sein Kann auch immer noch hinter sein Das verstehe ich Finger weg da Also ich glaube es ist Weiß, Blau oder Nieder Äh, gibts her Oder rosa Ey Ich will ja haben Ich will auch mitspielen Halt Aber ne warte Geld kann ja auch lügen Es könnten ja auch Drei blaue gewesen sein Ich könnte oder Basti könnte Ich könnte auch lügen Ich kann auch lügen Jeder kann lügen Ne, ich kann nicht lügen Das ist mir zu viel Laut Basti hatte ich die Wahl Und hab ne blaue gelegt Was auch meine Information ist Ja deswegen wäre auch meine Wahl auf sich gegangen Weil Dann könnte ich auch noch mal Dann könnte ich auch vielleicht noch mal prüven Das ist er weniger Ich auch wenn ich auf jeden Fall keine rote kriege Aber es kommen jetzt Vielleicht auch drei rote Und dann bist du voll am Sack Du brauchst die nicht zu prüven Ja ich weiß Deswegen das ist ja das Entweder ist der Liberale oder Hitler Also Pascal jetzt Sportschule oder was Achso Pascal Du brauchst die noch mal zu prüven Darf man Einfach Täter wählen Um da Um die Gegenseite zu prüven Oder was Genau Wie wärs wenn wir auch die anderen Leute noch reinbringen Die Sache ist Selbst sowas prove Dann nimmst du aber drei Leute aus dem Spiel Komplett Ja Warum dann drei Leute aus dem Spiel Weil Ben Reiter und Jürgen noch gar nichts getan haben Weg da Ja wir können ja danach was machen Das liegt doch nichts Ja aber was prove das denn Selbst wenn die beiden Fasche sind Würden sie auch das gleiche sagen Im Endeffekt prove das gar nicht so doll Es ist Whisky Weil jetzt Sehr gerne rote kommen können Ich würde aber nicht Pascal wählen Es kommen sowieso als nächstes rote Es sahen jetzt schon zwei blaue mit drin Wie wahrscheinlich ist es das bei uns Die ganze Zeit der blaue kommt Nimm Paar Es wurden Es wurden noch keine roten gelegt Sonst wird eben noch eine rote eingehangen Das sind vier von elf Paar sag Ich vertraue dir der Dunkelloch Pascal brauchen wir nicht noch mal zu proven Außerdem bin ich doch gar nicht proven man Selbst als Fasche hätte ich eine blaue gelegt Was macht das denn proven Boah ich will jetzt einfach die Orgut Das macht auch nichts proven Als Fasche hätte ich auch eine blaue gelegt Ich bin für Hitler Ist ja egal ob das ist Nein kein Hitler Hitler wird gewählt Siffi ist einfach rot und raus Fertig Höh 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 wenn das jetzt gesagt wenn das ist dass locker kein anderer gesagt wenn das ist das sei noch nicht ich überlebe mich raus wenn es wenn es für mich raus du kannst auch pascal wählen zur not ja das ist ja egal es könnten wieder drei rote kommen ist egal ist jetzt die frage jetzt macht ben gerade was clever ist aber macht eigentlich keinen sinn als liberal das nicht zu sagen liberal selbst als fascio selbst als fascio sagt dass einem fascio kollegen ja einfach erst liberal aber ich weiß es nicht wenn ben hitler ist weil die fascios wissen ja voneinander das stimmt hitler weiß ja gar nicht dass er meist sind das heißt wenn ben jetzt hitler ist hat er jetzt sein fascio kollegen rausholen und sagt dass sie nix ja aber das macht sein sind seinen satz doch gar keinen sinn oder das ist halt die gute daher musst du so was für arbeiten ich hatte drei rote weiß hatte keine blöde drei rote jetzt wird hitler gewählt wer ist hitler ich weiß kann den präsentieren egal wem oder nur ich bin dafür dass ich bin dafür dass schick die frage darf er mir den präsentieren oder warte 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 wenn er den präsenten etwas über warte weil ich bin für schicki Nimsz Grandpa Thorстиur hacer denken die warte ich bin für fahrzeug Steven keiner gesagt hat er das ist die warte 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 creator dachte ich bin dafür es wollte ja auch bei mir seine rad geht um vielspủ warte ich bin dafür besuchen organisations l声 im Battlefield sagen wenn ich mit den fl eaters pastor bist du liberal oder wer an schicke pasak und täter sind liberal das haben wir von seppi und schunke auch schinke schnke 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 ja pasak wenn schnke jetzt hitler ist das ist eh durchgegangen ja was wird trotzdem ganz zu wissen was er hatte ich hatte nein wollte nicht dass ich gewählt werde ja wenn ich will dass hitler erschossen wird ja ich wollte nicht dass schicke gewählt wird war richtig ne er legt die ganze blaue der wicklige uns um den fing er hatte die wahl er hatte die wahl er hatte die wahl er hatte die wahl ich habe jetzt drei blaue gelegt du bist jetzt elected chancellor schnke ist toll wenn sie wenig passag nicht das muss zu das geht dahin wieso bist du denn nicht schnke 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 nein weil es halt immer weitergeht ich bist doch richtig hallo basti lasst doch liegen ist schon richtig so ja verzeihung ja pasak war hier aus der wahl heraus weil die grund das ausmacht ja ich könnte jetzt sagen also ich könnte jetzt was sagen aber ihr würdet mir dann nicht erst recht in mir glauben warte kannst du vor was sagen wie die warte sagen lassen erstmal aussprechen ja ich würde sagen ich würde halt sagen wir einfach nicht aber ich weiß ja dass ich bin heute das ist natürlich klar dass du mich da bist du bist du mein blow des todes wie reiner ja ich habe dir geholfen eine blaue mitzulegen aber was ist wenn die rote sind nicht eine rote und ich muss eine gas die frage ist aber hitler ist also ich habe ich habe dir geholfen blaue zu den ich hatte die auch die wahl gelassen am anfang wenn du in die wahl lässt dann kann sie töten und wenn der hitler ist und die rote dann kann ich töten dann hat man einfach bitte das sind jetzt zwei von sechs leute fangt nicht an überlegen macht es einfach dass ich nicht reiner seppi ist seppi ist für ihn und einer versuch gerade für zu sagen dass wir es einfach machen also paar sagt ja ja alles gut wir haben nichts gemacht denn das immer wenn ich so frage und dann rede höhe auf jeden fall warum wenn er hitler ist warum haben die liberalen dann verloren weil wenn er jetzt nach der rote liegt und dann steht an dieser weil ich hier an dem beruf steht oben drüber faschist win if hitler ist elected kanzler ist wenn er gewählt wird als kanzler hier oder hier wenn diese karte hier bei dir liegt du bist hitler und wir drücken alle auf ja oder wählen dich nur mit der mehrheit und hier liegt noch eine rote oder hier oder hier was auch am ende oder wenn du quasi wenn die wahl durchgeht und du noch eine rote liegt als hitler kannst du sagen ich bin hitler hast du gewonnen genau also bald hier eine rote liegt und hitler ist gewählter kanzler hat hitler gewonnen wenn er jetzt schon eine rote liegen würde und hitler wird gewählt dann kann ich direkt sagen ja ich bin hitler aber er kann doch nicht sagen ja aber das macht keinen sinn weil du wenn du gewinnst dann auf jeden fall versagt was ich dir sagen wollte ist für mich sind wir drei sind hier unten an unserer tischecke sind alle blau aber lassen wir lassen mich erklären was mich erklären wieso ich es werden will weiß ist es nicht ich bin blau ich weiß es nicht warte warum ist johann für dich jetzt weiß es nicht was hat johann gemacht dass er für dich jetzt kruf ist also sportlich für dich raus lassen er hat zwei mal rote bekommen er wurde gefickt vom spiel das jugger hatte nur pech ich möchte sagen ich habe einmal kein fall ich habe einmal mit schick in den blauen gelegt war auch sonst ganz liberal das ist egal das könnte ich drei stunden mache ich glaube ich glaube jetzt ist ja das war das ist egal schick wenn du jetzt drei rote hast du darfst mich nicht abkneiden egal was du tust wenn du mich abknallst hast du bist du am arsch würde ja sagen zweifel knallt man benn ab warte wenn die alte werte regeln hat wird dann überhaupt noch geschossen was ach nein wenn er jetzt rote legen könnte dann ist er wenn er rote legen könnte war abzusehen kriegst du schuss von mir ich habe nachgeladen nein möchte rein jetzt noch nicht abkneiden weil drei rote ich bin nicht fasch ist nicht abkneiden nein der nicht ist knalljoghurt abkneiden wir brauchen den knalljoghurt abkneiden ja ich wäre für seppi weil er die ganze zeit schon wieder irgendwelche rumpel sachen rumbrüllt ja von seppi wissen wir halt gar nichts der hat halt gefühlt noch nicht mitgespielt und sonst wer mitspielen es klingt wie das scheiße aber bei sportica bei zwei mal drei rote was war was war denn bei teta nebenbei aber könnte ich habe aus der lade anfang kann ich dann auch jetzt rein abknallen weil er hat auch drei rote schnucki genauso am sack wie sieht es bei teta aus was hat täter gemacht ich habe pascal am anfang was ich eine blau und eine rote gegeben ich weiß gar nicht weh selbstmord schick ist dort das war nicht versagen würde die ganze zeit übernimmt jetzt lasst das doch mal hier ansonsten geht das nichts hört einfach auf mit dem scheiß das macht mich echt ganz spaß mehr so sag an teta ich habe pascal die wahl gelassen und ich habe von ich weiß gar nicht von wem sei rote bekommen mehr war ich glaube ich nicht dran es könnte also aber auch sein dass du ganz am anfang also als was sagt die wahl gelassen hast genauso gut aber auch in der blau weggelegt ist ja das kann natürlich auch sagen aber ist ja relativ scheißegal auch als erinnerung das ist ich würde auf jeden fall nicht reine abknallen wir haben jetzt das wäre auch schwachsinn wir wissen jetzt dass ich nicht hitler bin ja du kannst dich immer tun keiner ist nicht hitler also ich sage entweder seppi oder ben durch die tatsache mit dem vorhin ich sage nicht was er ist ich weiß nicht was du bist bist du hitler nein was war sport hier ist das ist zu spät du bist du sicher dass du bist du sicher dass joghurt nein joghurt ist nein nicht du bist dir sicher dass joghurt ist es ich glaube joghurt ist äh blau ne safe nicht du bist schuld wenn er hitler ist das ist dir klar ja dann nehme ich die schuld auf mich Joghurt ist ich hab ich hab ich hab pass auf ich hab Joghurt vorhin ja die zwei roten gegeben wenn ich mich nicht redet nein und dann hat er die rote gelegt er hat mir blaue gegeben so und hat dir blaue gegeben also deswegen das ist der einzige von dem ich noch mit dir sagen kann dass der mit mir im team spielt Sporti du bist also für Joghurt ich wär für Joghurt ja Täter wofür Täter bist du für Joghurt ich bin mir nicht sicher werden wir doch jetzt sehen Bordi sagt auf einmal ja ey was ist das was sag ich auf einmal ja ich weiß es nicht Täter muss noch ich will nicht sein der Hitler wählt ich will nicht sein der der dran schuld ist Mehrheit bist du Hitler ich bin ich nicht schuld nein er ist nicht Hitler das ist okay das ist gut ah muss alle mischen nochmal ne gesundheitsteil Wieler und Weiß ist kein Hitler er ist nicht hitbar zwei blaue sind noch drin aber wir können gleich wieder auf Rainer zurückgreifen so zwei blaue eine muss ich ziehen warte pscht pscht ich bin gleich Präsi dann kann ich wieder Rainer wählen also nein nein wenn Täter es ist nicht wählen ich bin ja ich bin Präsi das ging schnell ey wann das jetzt drei rote oder war da eine blaue mit bei ja okay wenn du Rainer wählst will ich ja aber sonst nicht jetzt kommt noch eine rote du elender Faschist tot leckt mich am Arsch ist mir egal was ist ein Fasch schon weniger ich habe ihn die Wahl gelassen tot das war so hittler war er nicht ne ist mir egal er hatte die Wahl und er hat eine rote gelegt das heißt es gibt auch zwei Faschist natürlich wäre es ja Täter ist nicht nicht die Wahl durchgehen lassen bist du sicher ist Passag äh Liberals alter ne leckt mich am Arsch wir hätten gewinnen können ja so warte ist Chiqui proven ja nämlich schon aber gibt es gibt wie Rainer Rainer ist non Hitler jetzt fällt Veto ne ja Rainer war aber auch und hat sich non Hitler ja aber wenn Rainer rot ist haben wir verloren nein Veto Power achso ja ha 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 ne er kann es ja blockieren ne Hitler könnte auch Hitler sein und ne roten ich kann jetzt nicht es ist egal ob ich Hitler bin weil ich kann ja jetzt nicht weil ich doch wenn du drei rot oder zwei rot hast der legt ne rote und dann habt ihr gewonnen oder nicht ja die Sache ist jetzt Schicki wir haben aber ein Problem vertraut uns nicht durchgehen nicht durchgehen ne wir haben ein Problem wenn wir jetzt wen wird es dann wählen lassen jetzt geht es aber nicht durch geht ein weiter dahin warte dann ist Sempi dran Passag das Problem ist du kannst nicht mehr gewählt werden ich bin der einzige von dem ich mich noch vertraue ich ich bin als er gewählt Passag ich weiß du vertraust mir nie gib dem Schicki aber bitte jetzt nur diese Runde was du gib ihm Schicki ich hab schon Rainer ja ich will nein ich auch auf keinen Fall ähm da ist ein roter auf jeden Fall der Wahl Passag vertraut mir diese Runde ja aber jetzt bevor du das sagst selbst wenn selbst wenn jetzt zählt er also zählt er muss ja rot sein wenn du sagst einer von uns beiden ist rot dann ist zählt er rot einer von euch beiden ist safe rot wenn wir dann aber jetzt nein sagen was kommt denn danach danach ich muss gewählt werden da muss neppi was machen ja aber vertraut mir einfach das weißt du es geht immer so weiter dann kommt irgendeine randomkarte ja aber ich möchte nicht das zwei von denen ich weiß gewählt habe vertraue mir ich hab leider schon gelegt alles gut ich hätte jetzt auch noch mal auf Jager wechselt drücken dreimal machen wir nicht ich muss gewählt wir kommen nicht an ja das gut ich hab leider auch nein geduldet wir kommen nicht an Jager das nächste jetzt darf es definitiv nicht mehr werden das heißt so will wer Schicki Schicki oder denkst du das wie gesagt was Schicki will nicht und einfach durchgeben nein 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 ach so stimmt weil es nicht durchgegangen ist sorry 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 alles gut man das ist so fucking klopp warum hat warum vertraust du Joghurt du Penner hoffentlich ist Seppi blau weil er noch ich hab dir gesagt nein ich hab dir am Anfang gesagt vertraue nicht Joghurt und er war rot und er war rot ich mein Schicki Schicki hat es versaut warum sollte ich jetzt Hitler weil eine ist ja jetzt weg eine ist ja weg eine ist ja weg stopp warte mal zur Erklärung wenn jetzt wir beide blau sind also beide sind liberal dann legen wir drei rote quasi dann kann ich Veto sagen dann kann Seppi sagen ja ist für mich cool dann dürfen wir nochmal lass die ball durchgehen weil Seppi hat grad auch gesagt vertrau nicht Joghurt die ganze Zeit und Joghurt war Joghurt warfaschist okay so Tiki warum vertraust du Joghurt er hat halt für mich gespielt Täter muss nein wählen weil Täter es ist und ne das ist da muss jetzt keiner nein wählen keiner wird sich jetzt irgendwie alle ordnen ich bin nicht Hitler so also hier drei ziehen einzelne drei einzelne ziehen so schau mir das mal genau an mir drei blaue geben du hast alle im Stapel ja es ist nur eine blaue drin eine ist da rausgeflogen durch Joghurt achja ja mir die blaue geben 1 von 6 das war die falsche hier ne Maul halten außer schickt dieser gleiche Veto mhm unwahrscheinlich das muss er sagen während er die der Hans noch hat oder? das kann er jetzt ne das musst du jetzt das musst du jetzt sagen und jetzt kannst du Veto sagen ja fickt euch mit Veto ich brauche kein Veto dafür bin ich rot gewixt war klar Joghurt zauber fuck fuck Joghurt schön schickt man ich musste nicht rauswerfen ich bin nicht ich bin nicht ich bin nicht entschuld Diki sagt einfach schon wieder ich bin Hitler fuck ich dachte ich werde nicht mehr ist es schon wieder liberal ich bin fast in der Welt wie kam das nie das wusste ich doch nicht schick ich hasse dich ich hasse dich nicht so sehr äh es war gut aber das Ben das nicht gesagt hat das hätte uns uns richtig den Arsch gefickt ich hätte paar Sachen ich wollte ich wollte Sporty noch rufen aber ich wollte das erst mal nur für mich behalten um zu rücken wer es gegen mich am meisten shootet ja weil es die Berater macht das echt nicht so viel Sinn fuck also ich war mir eigentlich sicher dass äh dass Ben auch einfach gut ist weißt du was das beste jetzt war weißt du was das beste jetzt war Sekunde dass ein Liberaler ein Fasch umdreht und nichts dazu sagt ja das ist nicht einfach Fick dein Ernst Fick dein Ernst Fick dein Ernst